So, nach etwas längerer Zeit melde ich mich mal wieder zu Wort und es geht mal wieder um eine Lichtsteuerung. Und zwar diesmal nicht um irgendeine, sondern ich habe ja oft bei dem X-Joker gesagt, ja, das MA kann das. Ja, es geht um MA, genauer gesagt um GrandMA 2 on PC und GrandMA 3D. Okay, und jetzt sagt der eine oder andere, ja, das ist schön, dass du uns das erklärst, aber was mit GrandMA 3? Ja, alles gut, kommt auch noch was dazu, aber alles zu seiner Zeit. Als allererstes schauen wir uns GrandMA 2 on PC an. Ist immer noch aktuell, weil mit den 3er Produkten kann man, abgesehen vom Command-Wing, ja auch in Mo2 arbeiten, beispielsweise bei den Port-Nodes. Und das kann ja für den einen oder anderen recht interessant sein. Gut, also gucken wir es uns mal an und wir fangen als allererstes mal mit der Hardware an. So, das hier beispielsweise, das ist eine Port-Node von MA und zwar die 2-Port-Node. Dieses schöne Exemplar habe ich neben mir stehen, gerade auf meinem Computer. Und jetzt habe ich halt mal so geguckt, wie installiert man das, wo muss man denn drauf aufpassen und habe jetzt nichts dazu gefunden. Und deswegen hätte ich mal einfach mal vorgeschlagen, machen wir es einfach mal gemeinsam. Gut, gucken wir uns von Anfang an mal an, wie sage ich überhaupt meinem Computer, hey, ich habe eine Port-Node und wie kriege ich da ein Signal von A nach B. Gut, was brauchen wir dafür? Naja, zwangsweise Downloads bei MA Lightning. So, muss man mal gucken. Ich habe mal wieder das schnellste Internet von der ganzen Welt. Deswegen dauert es auch eine halbe Ewigkeit. Naja, gut, lassen wir das. Jedenfalls unter Downloads, Grandom-A2, müsst ihr euch dann einfach Grandom-A2 und PC runterladen. Das ist ganz, ganz wichtig. Gut, hier beispielsweise oder einfach hier unter Zubehör klicken. Genau. Gut. Gut, was braucht ihr noch? Wenn ihr es sehen wollt und einen 3D-Bischof-Laser haben wollt, braucht ihr noch Grandom-A3D. Ist aber für den Betrieb nicht zwingend notwendig. Gut. Und wir verabschieden uns jetzt mal vom schnellen Internet und gucken uns gleich mal Grandom-A2 und PC an. Gut, starten wir mal. Und jetzt sieht man hier schon, ich habe ein bisschen rumgefingert. Gut, wie könnte es auch anders sein. Natürlich, man testet sie auch mal aus. Ich habe hier schon mal eine Show angelegt, aber alles recht schön und gut. Wir machen einfach eine neue Show, fangen von Anfang an an. Und dann machen wir einfach mal Check All. Wir sägen alles ab. Das heißt, es ist so, als hättet ihr Grandom-A2 on PC neu installiert bei euch. Was muss ich machen? Und ich nenne es jetzt einfach mal Tutorial. Gut. Do not save. So. Und als allererstes sind wir hier in Backup. Was kann man hier machen? Neue Show. Ne, Show sichern, also abspeichern, löschen. Ich kann es dann auch als Grandom-A3 abspeichern. Ich kann eine Show laden und so weiter und so fort. Gut, man hat ja auch die Möglichkeit, Demoshows zu laden und Templates und so was. Recht schön und gut braucht man jetzt erst mal nicht. Das sind jetzt erst mal die wichtigsten Funktionen. Gut. Klicken wir wieder weg. Und, aha. Ja, schön. Jetzt habe ich viele Knöpfe und wo fange ich denn an? Gut. Als allererstes gehen wir in Setup. Und jetzt müssen wir nicht so wie beim DMX-Joker sagen, ja okay, hier USB, zack, einmal drin. Ich muss dem als allererstes mal beibringen, dass er auf eine Portnode hören muss. Gut. Gut, was machen wir? Wir gehen als allererstes mal in Network Control. Gut, gehen wir rein. Und wir haben hier irgendeine IP-Adresse. Und ja, ne. Die IP-Adresse ist leider falsch. Weil, um eine Portnode zu verbinden, müssen die ersten drei Segmente der IP-Adresse übereinstimmen mit der Portnode. Wie man die IP-Adresse von der Portnode rausfindet, ja, das ist dann halt immer so eine Sache. Da steht meistens entweder in der Betriebsanleitung oder in der Betriebsanleitung steht, wie man durchs Menü kommt, dass es einem angezeigt wird. Und jetzt sehen wir hier, ja, ne, passt nicht. Die IP-Adresse von meiner Portnode, das ist die 192, 168, 170, 250 ist, glaube ich, die Portnode. Meine ich? Oder 201? Ne, es ist die 201. Und wir sehen, nichts darauf trifft zu. Ja, was machen wir denn jetzt? Gut, ist nicht schlimm. Wir müssen einfach über die Systemsteuerung, habe ich ja schon mal aufgerufen, eine feste IP zuweisen. Okay, wie machen wir das? Also, Systemsteuerung, Netzwerk und Internet, Netzwerk und Freigabecenter, anklicken, okay. Adapter-Einstellungen ändern. Hier drauf klicken, Ethernet, rechtsklick, Eigenschaften. Und dann gehen wir hier auf Internetprotokoll, Version 4, Eigenschaften, folgende IP-Adresse verwenden. Das ist jetzt eine statische IP, wenn ich hier draufklicke. Was heißt das? Das heißt, dass ich über diesen Ethernet-Port nur die MA ansprechen kann. Ich kann über diesen Ethernet-Port nicht mit einem LAN-Kabel ins Internet. Das geht nicht. Wenn ich das trotzdem beides parallelen möchte, brauche ich entweder zwei Ethernet-Ports, was die wenigsten Rechner haben, oder ich kaufe mir einfach einen USB-Adapter mit einem Ethernet-Port. Dann habt ihr einfach einen zweiten Ethernet-Port. Einmal könnt ihr das Internet. Also einmal müsst ihr hier folgende IP-Adresse automatisch beziehen. Das ist das Internet. Und einmal folgende IP-Adresse verwenden. In dem Fall 192.168.170.250. Mache ich jetzt einfach mal. Subnetzmaske einmal anklicken. Gateway vollkommen wurscht. Alles andere auch uninteressant. Einmal OK drücken. Schließen. Schließen. Nochmal zumachen. Und wir müssen als allererstes MA nochmal zumachen. Und im Idealfall auf Save klicken. Wir haben zwar noch nichts gemacht, aber zuerst mal sichern. Öffnen wir nochmal. Und jetzt gucken wir mal. Setup. Main Network Control. Und jetzt müssen wir mal gucken. Aha. Jetzt haben wir auf einmal das, was wir brauchen. Gut. OK. Nochmal OK drücken. Jetzt hat er gesagt, ja, okay, starte bitte nochmal. Jetzt hätten wir vorher mal noch ausprobieren können, ob er es vorher schon erkannt hätte. Also müssen wir nochmal zumachen. Das ist jetzt blöd. Müsste vorher auch schon gegangen sein. Bloß manchmal spinnt der Rechner ein bisschen. Das ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Aber das tut uns ja nicht weh. Also nochmal Network Control. Passt. Create a session. Demo Show. Master IP. Slow. Das ist alles egal. Passt. Klicken wir weg. OK. So. Noch eine kurze Sache, um zu demonstrieren, dass man auch wirklich ein MA-Produkt braucht, dass man einen Parameter freischaltet. Wir gehen einfach auf Software Update und sehen Parameter Count 0. Hm. OK. Schlecht. Klicken wir wieder weg. Jetzt gehen wir auf MA Network Configuration. Drauf klicken. Und wir suchen die DMX Node. Hier. Und klicken einfach Add Present. Und wir sehen hier, IdaCon bla bla bla. Das hier. Das ist einfach meine Port Node. Ja. Sehr schön. Haben wir im Prinzip mit da schon geredet. Jetzt kann man hier noch irgendwelche lustigen Einstellungen machen. Beispielsweise nur die LEDs. Ja. Full. Oder Off. Ja. Kann man alles ein- und ausschalten. Ist alles ganz lustig. Ja. Passt. Hat er automatisch gefunden. Wenn ich jetzt hergehe und sage, okay, ich ziehe das Kabel. Mache ich jetzt einfach mal kurz. Remove Absent. Ja. Kriege ich es nicht los. Ich kann es natürlich löschen. Wenn er mich lassen würde. Aber der geht halt her und sagt von wegen, ja, Moment mal. Ich kenne die Port Node. Moment. Ja. Jetzt hat er gemerkt. Moment. Ich kann nicht mehr mit der reden. Also der merkt sich das von wegen. Ich habe da eine Port Node. Mit der kann ich reden. Und irgendwann sagt er, ja, Moment mal. Irgendwie, ich habe eine Signalstörung. Dann wartet er kurz. Und irgendwann sagt er, stellt er auf Rot und sagt, nee, ich kann nicht mehr mit der Port Node reden. Jetzt stecke ich das Kabel wieder ein. So, klicke nochmal at present. Und die Port Node wird wieder automatisch gefunden. Wo ihr jetzt aufpassen müsst, und da gehe ich nicht weiter drauf ein, das ist MANet, also mit dem Modus. Das könnt ihr Artnet scannen. NAN, also NAN würde ich jetzt nicht empfehlen. Session ID und was man da alles braucht und wie und was, werde ich nicht weiter erklären. Das steht dann in den Betriebsanleitungen. Da könnt ihr das nachlesen. Genau. Und hier XLA A und XLA B kann man sagen, OFF, IN, OFF, OUT. Ja, das geht. Ich habe es in dem Fall ausgeschaltet. Und welches Universum man ausgeben möchte. Das kann man da auch einstellen. Gut. Soweit mal dazu. Und, dass es auch wirklich funktioniert. Wir gehen einmal ins Software Update und wir sehen Parameter Count 512. Na ja, ist doch mal schon ein Anfang. Ein DMX-Universum. Zwar nicht viel, aber ein Anfang. Hey, für kleine Veranstaltungen passt. Okay. Gut. Jetzt haben wir im Prinzip die Port Node mit der onPC-Software verbunden. Das war mal der erste Teil. Ich melde mich nachher wieder. Bis gleich. Ciao.